So, drittes und letztes Drittel im Testspiel gegen Schalding-Heining. Steht immer noch 3-0 aus dem ersten Drittel. Zweites Drittel war zwar viel Ballbesitz, aber pur lohnt. Langsam, ruhig, das wird man ja haben, Florian, in so einem Park. Komm mal raus! Was ist los, Maxi? Was macht ihr im Zentrum eigentlich? Nicht hintereinander, Tom, auffassen! Ja, das ist ein Schalding. So, wir sind in der Mitte. Komm, was tut? Ja, das ist ein Schalding. Was? Ich bin jetzt viel Schalding. Nein, das ist mehr viel mit dem Wasser. Ich bin ja dran. Absetzen, wir haben uns alle. So schön wir euch. Gut Alex. Schön gemacht. Einholen. Das ist schon ein solches Gewünschen. Das macht es mal. Jetzt kommt Ball. Hopp. Ah. Absetzen. 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 So. 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 Du siehst du, er kann ja nicht spielen. Ja! Lass den Ball noch mal klatschen, dann sind wir zehn Meter weiter vorne. Positionen wieder nehmen. Anrucker und Leut, Anrucker und Leut. Juli, da schießt man nicht mehr. Passt schon, du gehst ein bisschen rum mit Juli, der Dominik ist selber. Ein Kontakt, da kann er noch weiter spielen. Das ist okay. Du schaust, dass du den Feuer im Griff spielen würdest. Der Pürslwein ist zentral. Genau so. Jawohl, komm mal auf die Kurs. Und Kopf hoch, als auch mal ein paar Spiele. Gute Sohle. Aber wenn wir jetzt... Frühjahr. Marco, läuft hier rein. Julian, okay. Das passt schon so. Hälst du, da ist er, da ist er. Komm alle, ja, los. Schatz, die Bälle bist du. Komm ich da runter damit! Nichts! Moment! Jetzt geht's schon. Geht's schon. Geht's schon. Sohle, das stimmt. Sag, was. Komm! Geh, geh, geh! Ga, guck! Wie kann's auf und braun? Ja, cool. War das? Na gut, mach Fassi. Das gleiche Spiel. Gleiches Spiel. Gleiches Spiel, auch noch vorher. Abholen, 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 komm, abholen. Weg da! Weg da! Komm! Pfandzentrum! Mach du. Oh! Schöner Balls-Liebung! Schöner Balls-Liebung. Komm, komm. Lorie, ein bisschen fallen lassen, fallen lassen. Komm, es kommt wieder das Kleid. Es kommt wieder genau das Kleid zustande. Oh, du, die Pässe müssen schon kommen. Daniel, du musst auf einen Deckungsstaden auszugehen. Du stehst doch mal hinterm Ahnen. Wann haben wir einen anderen? Ja, genau. Die Tropfen. Los, ein Tropfen und geh wir. Herr Woll, Maxi, ruhig Mann, kriegst du? Genau. Mach einen Tropfen, mach einen Tropfen. Wieso? Wieso, Papsi? Wieso? Jetzt war's ja faul. Papsi, drehen mich halt nach einer Seite weg. Da stehen tausend Leute und wir drehen uns ein. Was ist? Das ist die kleine, aber motorisch ist er nicht. Das hat er nicht. Was im großen zu haben, um einen kleinen zu zu zocken. Das macht er gut. Schnell und würstelt sich durch. Ich hab' die Gefühl, wenn er in die Räume geht. Von außen. Das kann er wirklich. Das ist eine Qualität, die muss das tun. Fahr' mal mit, Fahr' mal mit, Tobi, komm! Genau. Schönen Marco, ruhig. Komm, setz dich ab. Nicht in den Deckungsschacken. Lauf. Komm, Marco. Ich versteh' ja nicht, dass wir den nicht auspassen. Alex, 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 Alex! Die sollen den Großen ausspielen aber nicht. Die können den noch nicht verlassen. Sag' das ihnen. Die sollen das mit passen lösen. Okay? Den Großen aber nur, okay? Nein? Leute! Kommt vor, Flo! Jawohl! Ja, das gibt es doch kein Problem. Ach! 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 Ruhig, Maxi! Ruhig, Maxi! Ja, Maxi! Ja, Maxi! Uah, wieder keiner da! Da geht weiter hin! Ich bin mir gegen Aching. Ja! 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 Endlich! Ja! 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 Hey! Ja! Ja, sage auch was! Innen rein, Fabsie, innen, innen rein, jetzt haben wir Führer zu. Fallen lassen, fahre, der Julien lauft mit, hey, Krautsachgras, hey, wir müssen nie verlösen, das ist ja der Wahnsinn. Fallen lassen, Maxi, komm, geht da rein, bleib weg, jawohl, du den Kuh blocken, nein, Tempo! Ruhig, ruhig! Da kein Loch drin lassen, da kein Loch drin lassen. Der Ball wird nichts werden, Alex, hey, das ist der größte Gegenspieler, ja, dann spiel den Ball kurz, da gehörst du! Sind wir bei einer rein? Innen, innen, Fabsie, innen, jetzt geh innen rein! Geht's noch, Patrick? Kein Loch da, hey, Julian Dettl, ruckst du da rein! Komm, komm! Gut war, war schon gut! Hey, Patrick! Als Gesendersbett! Was? 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 So, nicht zu dir, frei, alle geschaut, was ihr macht, okay? Innen, bleib immer 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 innen, Julian! Ich mein, Albert, dass du mit mir nimmst! Ja! Komm! Ruhig, ruhig! 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 Auf geht's! Zentrum abholen! Ruhig! 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 Komm schon gut! Gut aufgebaut! Geht schon auf Absicht! Komm, hinterher! Komm, hinterher! Dahinter, innen, genau innen, genau so ist es! Schöne Ball-Alarmme, Tom! Schönen Tag! Grüen! Er holt sich, der Maxi, jetzt innen. Ruhig, raus da! Ruhig, von prüfen! Ruhig! Magst du? Wir sind hier. Gern drauf. Geh drauf. Geh drauf. Geh drauf. Schöne Aktionen! Das war ein Torschuss, Florian, das war ein Torschuss! Respekt! Das ist auch ein komisch gelockt. Mitte besetzen, Erwachs! Jetzt fahren wir noch eine vierte Uhrzeit. Das ist gar nicht gesund. Das geht aber nicht mehr. Alex, wo gehst du hin? Wo einer? Vielleicht ist der Nachmittag der Ruder schlafen. Jawohl! Tom von hinten. 6 zu 0, 18. Minute. Warte, warte! Dann hätten wir das Mittel-Drittel streuen können. Ja, man muss sagen, die haben keinen Auswechsel. Ach so. Aber es war gut. Mir gefällt es, was man verfestigt hat. Wie man es ausspielen, mit Gewalt, Ruhe, wann spiele ich den Ball rein. Das schaut dann besser aus. Insgesamt sind wir schon einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Und Kader sind wir auch stärker geworden. Wie du jetzt schaust. Also vom Zentrum her. Jetzt haben sich ein paar Spieler, wieder die Weichselwarte, den Schritt gemacht letztes Jahr nur im Herbst. Haben wir auch gleich gesagt. Gegen Klöwen und auf einmal geht er auf was. Sollte eigentlich die Rückrunde ein bisschen mehr Punkte bringen als die Hinrunde. Das ist automatisch, Martin, wenn wir mehr Qualität haben. Wenn es jetzt nicht allzu viele Probleme mit Wachstumsproblemen gibt. Man kann mir immer Probleme haben. Aber es ist in sich schon gewachsen. Also einen Eindruck macht es auf jeden Fall. Das ist das, was zählt. Das Verständnis für das Spiel. Weißt du, dass es nicht so hektisch wirkt. Wie das zum Beispiel wieder. Wie letztes Jahr. Hinten bleiben Flo, ruhig. Ruhig Papse, ruhig. Wie sollst du dir gefallen, wenn du nicht so hüpft? Ruhig Papse. 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 Schön gemacht. Alles gut! Ich hab da noch Zeit, Jürgen. Mitzimmer, mitmachen, mitmachen! Komm, komm, komm! Was ist los, Fapsel? Dreh dich auf, nimm den Obdner. Pass gleich. Ruhig, flache Bälle. Schon wieder so ein hoher Ball. Ja, ja, Uwe! Komm doch, gegenfahren! Komm, hintereinander, aufpassen! Patrick, sag's ja! Außen wegbleiben! Bleib da in dem Raum, genau! Komm, hinter dir, Schulterblick! Reinrücken, Fapsel, innen rein! Innen rein, Fapsel! Herz auf! Abholen, Alex! Abholen! 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 Ei, Daniel! Soge mal! Na! Brutal! Marco! Jaaa! Er mag nicht. Jaaa! Ugo, ich glaube 7-0. Der 23. Minute. Erinnerlichen, dass er ab und zu einmal den Gratschen lassen muss. Jetzt darf er nicht. Magst du spielen? Doppelpass? Ja, gut. Alles auf einmal. Komm näher zusammen, Innenbahn. Flo, außen bleiben! Flo, Flo. Jawohl, jetzt gehen wir da weiter vor. Da bleibt du zentral. Geht Alex mit rein. Marco! 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 Bessel! Guck da hin rein. Jawohl! Gut so! So! Okay! Hey, zum Glück! Du bist dran! Hehehehe! Hehehehe!